Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Eröffnung unseres Distributionszentrums hier im Buchholz. Es ist für SICK die bisher größte und natürlich entsprechend wichtige einzelne Investitionen. Und dies zeigt auch unser Bekenntnis zum Standort Waldkirch, aber auch gleichzeitig zu unserem globalen Auftritt mit 80 Prozent Export und daher auch die bemerkenswerte Größe dieses Gebäudes. SICK spielt mit seinen Produkten und seiner Technologie in der Weltliga. Und ich kenne ihn heute aus der europäischen Warte, euch Waldkirchen, euch in Südbad, nur sagen, ihr wisst gar nicht, was für einen Juwel ihr hier habt. Dass sie eine weltklasse Adresse in der IT-Wirtschaft, in Industrie 4.0 von morgen sind, schon heute sind und das Zentrum wird jetzt durch diese Erweiterung noch mehr ausgeprägt und dass Waldkirch dabei das geistige Herz und Zentrum ist. Ganz toll, faszinierend und ich sage, klasse gemacht. Hoffentlich bleibt es dabei und wünsche weiterhin Toi, 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 Daumen drücken. SICK, alles Gute. Ich war jetzt schon überrascht, wie groß. Das sah von draußen gar nicht so mächtig aus, außer mal drinnen, mein lieber Mann. Wir wohnen hier gerade nebenan. Es ging jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Jahr, die Bauphase. Aber ich muss sagen, es ist gelungen. Ich fand das ganz toll, diesen Einblick in dieses Zentrum, weil man ja sonst nie die Möglichkeit hat, sich das mal anzuschauen und das war für mich sehr informativ.